Boah, die sind so Spinnen und ihre Wichsgeräusche, wenn sie über den Boden krabbeln. Geh doch mal weg, einfach. Wichsgeräusche. Doch, wahr. Ich habe noch nie eine Spinne gehört, die sie ungefähr so anhört. Ja, genau, das dachte ich gerade auch. Doch, definitiv. Ich kenne das auch, ich geh öfter ins Badezimmer und da ist so eine Spinne in der Ecke. Und dann hörst du das zu Ende. Aus dem Badezimmer. Oh nein, ich seh dich. Die sind Spinnen die ganze Zeit. Auch nachts, das bringt einem in den Wahnsinn. Ja. Dann hörst du das die ganze Zeit. Die ganze Zeit die Smixen, so schlimm. Du willst nur schlafen. Ja, ja, Opa Langbein ist aber in der Ecke und hat Spaß. Mit seinem neunten Bein oder so. Ach, was weiß ich. Oh, da ist sie wieder. Oh, ich hab den ganzen Tag hier gewartet in der Ecke. Und da ist sie jetzt wieder. Oh ja. Oh. 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 Okay, so, bei mir geht alles. Das ist schön. Von mir aus können wir jetzt mit Spindigs anfangen. Ich lad das so hoch. Ich bin fertig. Bei Intro gut aus. Fertig. It is. cyben Bis zum nächsten Mal.